Herzlich willkommen zu unserer Webseite Leitfadenprävention und dem Erklärvideo zum Schritt Bildung einer Lenkungsgruppe und eines Planungsteams. Um präventive Konzepte in Ihrer Lebenswelt bzw. in Ihrem Arbeitskontext erfolgreich implementieren zu können, sollten Sie zu Beginn eine Lenkungsgruppe und ein Planungsteam bilden. Die Lenkungsgruppe und das Planungsteam sind Voraussetzung für eine Förderung durch das Präventionsgesetz und ein wichtiges Erfolgskriterium für Präventions- und Gesundheitsförderungsmaßnahmen. Das Planungsteam ist die Kerngruppe des Projekts. Die Aufgabenfelder des Planungsteams sind vielfältig. Sie sind zum Beispiel zuständig für die Feststellung des Bedarfs, die Identifizierung der verfügbaren Ressourcen, für eine Analyse des Ist-Zustands, die Einbeziehung verschiedener Perspektiven, die Berücksichtigung unterschiedlicher Interessen, die Sicherstellung für eine planmäßige Umsetzung, die Bewertung der erzielten Ergebnisse und für die Strukturierung des Gesamtprozesses. Das Planungsteam ist somit für die gesamte Planung bei der Etablierung einer Präventions- und Gesundheitsförderungsmaßnahme verantwortlich. Es sorgt für eine effektive und bedarfsgerechte Umsetzung. Ein entscheidungskompetentes Planungsteam besteht aus unterschiedlichen Interessensvertretern. Für das Setting Schule könnte ein Planungsteam zum Beispiel wie folgt aussehen. Es könnte bestehen aus Präventionsbeauftragten, Lehrern, Schulsozialarbeitern oder auch Vertretern von Eltern und Schülern. Die Lenkungsgruppe beinhaltet einflussreiche Schlüsselpersonen, die in der Lage sind, den Prozess zu lenken. Sie benimmt die Verantwortung für das Projekt. Somit liegen alle Entscheidungen für die Durchführung des Projekts bei der Lenkungsgruppe. Sie gibt Rückendeckung, indem sie beschließt und entscheidet. Beispielhafte Vertreter der Lenkungsgruppe im Setting Kommune könnten zum Beispiel der Bürgermeister, ein Amtsleiter oder auch ein Beigeordneter sein. Hinzu könnten weitere Akteure der Gesundheitsförderung mit einbezogen werden. Das ist aber keine Pflicht und sollte vom Umfang des Projekts abhängig gemacht werden. Im Setting Kommune können das zum Beispiel die Unfallversicherung, der öffentliche Gesundheitsdienst oder auch Sicherheitsbeauftragte sein. Ziel ist ein gemeinsames Grundverständnis herzustellen, um gemeinsame Ziele zu verfolgen. Ein transparentes und enges Miteinander ist hier entscheidend. Sobald das der Fall ist, plant und koordiniert das Planungsteam den Gesamtprozess. Die Lenkungsgruppe übernimmt Verantwortung und legt Entscheidungen fest. Beide sind für den nächsten Schritt im gesundheitspolitischen Aktionszyklus verantwortlich.